Alina, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und damit zum Einzug ins Spiel und Platz 5. Nehmen wir uns mal mit in die Gemütslage. Ist das eine kleine Erleichterung? Ja, kann man vielleicht schon sagen. Wir wollten auf jeden Fall unbedingt das Spiel und Platz 5 erreichen. Das haben wir geschafft. Ich glaube, da können wir mit zufrieden sein. Mit dem Spiel vielleicht 50-50. Ich glaube, die zweite Halbzeit war deutlich besser. Wir starten ganz gut, aber lassen dann auch stark nach und lassen Tschechien wieder ins Spiel. Das war auf jeden Fall nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es muss auf jeden Fall am Sonntag auch besser sein. Was hat die erste Halbzeit von der zweiten unterschieden? Oder fragen wir mal andersrum. Was war in der zweiten besser als in der ersten? Ich glaube, eine aggressivere Abwehr nochmal. Mit mehr Fight und mit mehr Tempo nach vorne. Und auch vorne klarer die Chancen einfach ausgespielt als in der ersten Halbzeit. Vielen Dank und viel Erfolg.